Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video mit mir, dem Julian und einer Runde Rocket League. Ich habe mir das jetzt alles so gedacht mit dem ganzen Konzept, dass ich jetzt versuche jede Woche mindestens ein Video hochzuladen. Das wird wahrscheinlich überwiegend Rocket League sein erstmal und später dann wieder was anderes. Ich habe vielleicht auch so eine Art Horrorspiel wieder im Blick und eben vielleicht auch das ein oder andere MOBA, wenn ihr darauf Lust hättet. Also ich hätte Lust drauf. Aber jetzt erstmal Rocket League. Ich hoffe, wir kriegen jetzt in der Runde was gebacken. Hier erstmal Experte, äh Veteranen, Experte, okay. Weil ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ja super. Schon mal das Nitro nicht gekriegt. Ich hoffe ja, dass mein Maid was kann, dass ich nicht wieder ein Scheiß Maid bekomme. Und ich, ich habe schon wieder verkackt. So. Das hängt ja schon wieder super an. Super. Könnte nicht besser laufen. Okay gut, wenigstens scheint mein Maid ganz gut zu sein. So. Ne. Sehr schön. Geht der? Aber man merkt, dass ich jetzt leicht wieder reinkomme. Nice. So. Perfekt. Erstes Tor. Oh, das fühlt sich alles so komisch an. Weil ich habe in letzter Zeit nur oder eigentlich überwiegend MOBA gespielt. Und das ist natürlich was ganz was anderes. Wie gesagt, Rocket League schon ewig nicht mehr. Und das ist einfach so, boah, so ein komisches Gefühl. Ich denke, viele von euch werden es kennen. Schade, dass er den jetzt nochmal stoppen wollte. Ich wollte den direkt machen, aber ist egal. Oh. Oh. Ich weiß nicht, ob der reingegangen wäre, aber... Ne, wäre er nicht. Hm. Aber mein Maid scheint echt ganz gut zu sein. So. Ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wo ich mit meinem Rang bin. Weil ich, wie gesagt, schon so ewig nicht mehr... Oh, nein. Sorry. Das war meine Schuld. Schade. Schade, 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 schade. So. Okay, gut. Ja, da, da, da. Da habt ihr es gerade mal wieder gesehen, aber ich... Ihr merkt, ich habe es mir schon wieder abgewöhnt. Oder mehr abgewöhnt. Oh, jetzt hat er das nie drüber bekommen. Super. Ach, Mann. Oh. Shit. Also, man merkt, dass ich noch nicht so krass unterwegs bin wie sonst, aber... Ich bin... Ich werde schon besser, weil... Nein. Shit. Was tue ich denn? Ich verbritze hier so eine Scheiße. Gott sei Dank, fühl mir noch. So, komm schon. Nice. 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 Da fühlen wir, da fühlen wir. Sieht ja schon mal ganz gut aus für die erste Runde seit langem. Oh Gott. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, dass ich jede Woche mindestens ein Video bringe. Ähm... Weil ich in letzter Zeit eigentlich echt viel zu tun habe, äh, Schule mäßig. Oh, Mist. Schade. Okay. Okay, okay, okay. Schade. Okay. Okay. Oh, oh. Shit. Ich weiß gerade gar nicht, weil ich in meinem letzten Video hatte ich da auch schon das Auto mit dem Hut. Ich glaube schon. Ich finde ich chillig. Nein. Gut. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier das Intro bekomme. Ich habe schon nur noch 20 Sekunden. ha. Schalalalalala. Oh, 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 oh. Nice. Ja, da fiel mir Punktzig. sehr schön nein 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 gut das hätten wir gewonnen okay heraus vor der realität stimmt ja ich bin ja abgestiegen dann sage ich mal ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns dann das nächste mal immer schön bewerten und ciao